Genau, auch schön. Ein bisschen separiert vom Haus. Das können wir immer noch als Option anlegen, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen ein bisschen auch die Schallmauer ein bisschen zwischen uns halten. Da müsste man so viel jetzt noch machen. Ach so, es ist noch nicht eingerichtet. Oh, ist ja wunderschön. Also hat für mich auch eine absoluten Qualität, um irgendwo mal Indoor-Yoga zu machen. Das ist der Rückzugsraum, wenn es weiter schlecht ist. Ja, genau. Ja, absolut. Unglaublich schön ist es aus Indonesien, oder? Wirkt schon balinesisch. Kommt sicherlich aus Indonesien. Wunderschön, wunderschön. Und Blick hinein, perfekt, das ist dann auch schön. Ja, ja, und richtig schöner Holzboden. Ja, super, super. Genau, aber eben hat noch kein Klo und noch keine Dusche und nix. Das wäre alles oben. Genau, da müssen wir sowieso hin und her gehen, oder? Ja. Also, ja. Mietze Katze, komm. Das schreit ja noch ein bisschen nach.